Friedrich liebt den Motorcourt Ist auch der Effeknader der Schrauber in Sachen Rallysport Auch da ist er mit dabei Zum Beispiel mit dem Gerd Gürbenderfohr Einer unserer Flift-Daxler Die heute hier den Dienst der guten Sache vom Rotary Club Bestellt worden sind Von 7 Punkten her Hier geht's zum ersten Mal aus der Zone A Für die Stadt Nummer 71 Von 11 Mieden Und ist schon im Ziel Gerhard Auer Und 6 Punkte aus der Zone B Also da ein Punkt unter Maximum Also da führt der Weg schon nach Rom Für Gerhard Auer Hat hier seine erste Viertelzone gut absolviert Vorbereitend jetzt hier die Stadt Nummer 66 Da kommt er 32 Jahre jung ist er Heißt Peter Totschi Aus Eisenstadt im Burgenland Kommt er zu uns her Ist ein Teilungsleiter bei der Prozestechnik bei CET Ja und jetzt wird's richtig laut hier Jetzt geht's hier Als Eingemachte Und das erste Mal Punkte Maximum in der Zone A Für diesen Gang aus dem Burgenland Peter Totschi 11 Punkte Hat er bereits aus seinem Kopf Jetzt sind wir gespannt auf die zweite Zone Denn Auch Pulsoring Musik 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 Musik